Ja, und sie hat meine Jacke geklaut, weil es besser zu Baba Pink passt, ne? Bloß weißt du, meine Chefin ist ja... Dass du meine Chefin bist? Mensch Fabian, jetzt mach mal hin, ey! Und der Kleine braucht etwas länger. Der Kleine und zack! Wieso machst du das denn weg? Möchtest du dich sehen? Nö, das macht mich nicht sehr gut. Passt das so von bitte? Einfach nur kurz vorm Stand her. So ist super. Nicht bewegen. Don't move! Sonst ist der Kopf weg. Du startest. Ich warte, dass alle schön gucken. Hallo liebe Golfpassleser. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Hallo! Sorry. Sag ich mit Hallo oder mit frohe Weihnachten? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir unser letztes Türchen vom Adventskalender. Heute öffnen wir unser letztes Türchen vom Adventskalender. Und wir haben heute etwas ganz besonderes darin versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfklub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz besser kennt, Und wenn ihr euch alle kennenlernt, gibt es noch drei Tage Aufenthalt dazu. Schön, gell? Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. 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 Heute öffnen wir das letzte Türchen von unserem Adventskalender. Und wir haben heute etwas ganz besonderes für euch darin versteckt. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Der Golfklub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir das letzte Türchen von unserem Adventskalender und wir haben heute etwas ganz Besonderes darin für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfclub besser kennenlernt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Hotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma. Südlich am südlichen Teil der Berge schon haben. Ausstieg Nummer 20. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Nein, das ist nicht so. Fertig? Mhm. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir das letzte Türchen von unserem Adventskalender und darin haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfclub noch besser kennenlernen könnt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im anliegenden Golfhotel Schloss Aggerschlösschen. Schloss Aggerschlösschen. Das kann ja was werden. Vielleicht krieg ich mir noch einen Kieferstarre. Verknackt bei mir auch schon, oder? Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unser Türchen vom Adventskalender und darin haben wir gerade heute etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma, im südlichen Teil des Bergischen Landes, und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz liegt auch gleich das Golfhotel Aggerschlösschen. Macht euch also ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und... Und... Äh! Ja, ihr habt gewonnen, ohne was zu beantworten heute. Und gewinnt, wenn man das kann. Ja? Ah nein. Okay. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes darin versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es einen dreitägigen Aufenthalt im anliegenden Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma im südlichen Teil des Särgischen Landes. Der Golfclub Schloss Aul ist bei Loma im südlichen Teil des Särgischen Landes. Ich stelle erst einmal auf unsichtbar. Und sich noch anlage einiges zu bieten. Direkt auf das kleine aber feine Golfhotel Aggerschlösschen. Lorenz ist morgen nicht da, ne? Der ist in Dortmund. Ah, halb. Ach ja, meine Wohnung in Köln. Wohnen Sie auch da? Ja, klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er ist bereit. Jetzt kommen wir uns noch. Dasceğin好啦. Chef. Das geht nicht mehr. Ja, shit, hört mich zu. Siehst du noch mal? Ja, ich sehe ganz viel. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und darin haben wir heute an Weihnachten etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel-Aggerschlösschen dazu. Ich würde es atmen. Ja. Ja, okay. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und heute am 24. Dezember haben wir daran etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk vom Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel-Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma, im südlichen Teil des Bergischen Landes und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz liegt auch gleich das Golfhotel-Aggerschlösschen. Macht euch also ein tolles Weihnachtsgeschenk und gewinnt zusammen mit Golfclub Schloss Aul. Das muss eigentlich auch gar nicht, ne? Macht euch ein tolles Weihnachtsgeschenk und gewinnt. Sonst. Ja, Sandra, mach das du wieder, oder? Mhm. Okay. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben ganz besonders zu Weihnachten etwas ganz Besonderes gegeben. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben etwas ganz Besonderes darin versteckt. Das Weihnachtsgeschenk des Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr eure neuen Golfcats noch besser kennenlernt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Aggerschlösschen Hotel dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma, am südlichen Teil vom Bergischen Land und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz liegt auch gleich das kleine, aber feine Golfhotel-Aggerschlösschen. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben darin etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk des Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma, direkt am südlichen Teil vom Bergischen Land und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz liegt auch das Golfhotel Schloss A... Das Golfhotel Schloss A... Das war deiner eben auch, oder? Wenn ich sage doch einfach das Aggerschlösschen Hotel oder das Hotel Aggerschlösschen. Ja, ich versuch's. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben darin etwas ganz Besonderes versteckt. Das Weihnachtsgeschenk des Golfclub Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma, direkt am südlichen Teil vom Bergischen Land und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz liegt das kleine, aber feine Golfhotel Aggerschlösschen. Macht euch also ein tolles Weihnachtsgeschenk mit Golfpost. Um in unserem Lostopf zu landen, müsst ihr einfach folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten. Wie viele Zimmer hat denn das Hotel Aggerschlösschen? Hi. 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 Du warst doch dran, oder? Nee, ich mach den letzten Satz. Achso, ich hätte doch das mit der Fotostrecke sagen müssen. Wer? Ja, weil ich war doch schon... Wer macht die Lösung? Die Lösung findet ihr immer in unserer Fotostrecke. Wer macht das? Das mach ich dann noch. Ja, okay. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben darin etwas ganz Besonderes versteckt. Das Weihnachtsgeschenk des Golfclubs Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernt, gibt es einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclub Schloss Aul liegt bei Loma am südlichen Teil vom Bergischen Land und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Der... ja. Und der... Und der... Warte... Jetzt. Und jetzt. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Heute öffnen wir zum letzten Mal unseren Adventskalender und haben darin etwas ganz Besonderes für euch versteckt. Das Weihnachtsgeschenk des Golfclubs Schloss Aul ist eine einjährige Mitgliedschaft. Und damit ihr euren neuen Golfplatz noch besser kennenlernen könnt, gibt es noch einen dreitägigen Aufenthalt im Golfhotel Aggerschlösschen dazu. Der Golfclubs Schloss Aul liegt bei Loma am südlichen Teil vom Bergischen Land und hat mit seiner 27-Loch-Anlage einiges zu bieten. Direkt am Golfplatz grenzt auch das kleine, aber feine Golfhotel Aggerschlösschen. Macht euch also ein schönes Weihnachtsgeschenk. Um in unserem Lostopf zu landen, müsst ihr einfach folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Zimmer hat das Golfhotel Aggerschlösschen? Die Lösung findet ihr wie immer in unserer Fotostrecke. Wir von Golfpost wünschen frohe Weihnachten und euren Familien und Freunden ein besinnliches Fest. Frohe Weihnachten! Tschüss!